hallo alle menschen aller geschlechter und völker ich heiße alle herzlich willkommen zurück die einstattet haben zu meinem plätze strada things 3 der game und wir sind jetzt am eingang vor dem bunker hier und können uns hoffentlich endlich die wetterspitze erreichen und erik hat auch wieder zu uns gepostet und menschen sind wir jetzt irgendwo näher gekommen wir können umkehren wenn du willst nein jetzt ist es wahrscheinlich besser einfach weiter zu gehen aber wir sind immer noch nicht da oh gott oh gott wie viel ist denn hier noch unten bock mal im bunkern rumzulaufen ferngläser nice ich habe mich echt ob es auch new game plus im spiel gibt ja genau gott schläger typen ich stehe fest gerade ich kann nicht aus der ecke raus naja so gott ist ewig alter ist das ewig lang hier das spiel grad das zieht sich ja gerade am ende nur noch vor dem spiel gibt es übrigens auch eine nintendo switch version von dem spiel zusammen mit steelbook und alles das die buch ist aufgebaut als wäre wie so ein ns spiel nur die version zu kriegen ist sehr sehr schwer leider bezahlt man glaube ich so gute 200 300 euro auf ebay für das seine seine limited edition gewesen von dem spiel erwarten wir waren ja schon mal aber wir sind am ausgang leute wir sind eigentlich am ausgang ich erinnere mich an die stelle wir haben es geschafft zeit uns die repos zurückzuholen endlich mal hört doch zeit da ist da ist keiner der so spioniert wie wir der aint nobody that spies like us ok und neu noch mehr russen ich habe schnauze voll von russen kommt schon bämm bämm oh er hat mir ins gesicht geschossen erst mal ein sunny da ich tritte in die eier junge Boah, da sind so viele Russen hier Hammer Wie viele Russen sind denn hier eingefallen dem Hawkins So Überall Alles voller Russen Alles Russkis Ich hab nichts gegen Russen Grad regen die mich in dem Spiel gerade ein bisschen auf Aber die Spam, die Gegner ja nur noch Bäm 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 Alle wegtreten Hier Ach ich war ja schon mal Oh Gott Es sieht sich auch alles so gerade ewig Naja Das Spiel ist schon cool Man kann es aber ganz ehrlich Man kann es auch ein bisschen übertreiben Aber das Funkgerät hörst du ein gut besuchtes Einkaufszentrum Oh guck mal Hört gar nichts mehr Haben wir halt nur noch das Einkaufszentrum und so Damals hat man hier in Israel gehört von Nancy Wie die in Hawkins Post arbeitet Hat sie ja ihr Praktikum gemacht zur dritten Staffel Ja zur vierten Staffel arbeitet sie bei der Schülerzeitung Zusammen mit diesen einen Typen Der das zweite Opfer von Erste Opfer von Weckner wird Der erste? Nee Der war das Nee das erste Opfer war Chrissy Cunningham Genau Der zweite Der zweite War hier Der Eddie Der Ed Da war nun mal der dritte Opfer Alter weiß ich gar nicht Es gab noch vier Opfer ne Nee drei Max war das dritte oder Weiß ich gerade gar nicht mehr Wandert Hat Weckner drei Leute umgebracht Und ein paar Teile zuerst mal waren es vier Also ich Eigentlich waren mir gerade nur drei Einer War das nicht vier? Weiß ich gerade gar nicht mehr Da hab ich gerade ein bisschen was zusammenwürfel Oh da oben kann ich noch was öffnen Da waren wir noch gar nicht Leute Gibt's auch wenn man in Nuggen Plus reingeht Gibt's das hier dann überhaupt? Wäre eigentlich cool Weil nur mal alles einsam zu müssen Wäre ja ziemlich langweilig Muss ich ganz ehrlich sagen Weil da wäre für mich kein Wiederspiel wert Wäre ich überhaupt überrascht Ob das Spiel Von wieder Erhaupt ein Wiederspiel wert hat Oh da waren viele Flüchttiere Wenn ich aber nicht wirklich die Verwendung habe Wie viele Gartenzwerge haben wir eigentlich mittlerweile gesammelt Auch für noch neun Ich glaube das einzige was du auch wirklich 100% sammeln kannst In dem Spiel an Collectibles Alle Gartenzwerge Ja das werde ich vielleicht auch noch machen Oh da oben ist die Witterspitze Also Nancy kann Die kann die Gegner One Hitten Das ist der Wahnsinn Hier habe ich mir merkt Das ist nicht noch stärker vorgestellt Ohne Switchblade Was hat das Ich hatte einen Gartenzwerg Hab ich gerade gedacht Sehen da ne Gummiente Ente 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 Und kann man aber noch was nachgucken Ob da noch was ist Danach gehen wir aber wirklich so mit der Spitze Leute Fernglas Hab ich mir alles voll Das war Anfangsgebiet Hier hat das auch im Wondage Gerade alles Also Geld probieren habe ich nicht Und ich bin nicht mehr geraten Ne Werde ich glaube ich auch nicht mehr haben Ich bin fertig Wetterspitze Leute Der geil und cool Max Mayfield Mit Abstand Mit Robin meine zwei Lieblingscharakterien In der gesamten Serie Wetterspitze Leute Wir holen unsere Wetterspitze zurück Oh Granate Oh Gott Sunny Ich kümmere mich auf die Granaten hier Perfekt Wir haben Cerebro zurück Leute Weißkopf See Seeadler Hier spricht die Scoop Scoop Troop Bitte komm Over Hab ich doch gesagt Fuchs Funksstille Die Scoop Troop Ist bereit Nicht vergessen Over zu sagen Over Ruhe Over Für Mary den Schlüssel Halte uns auf den laufenden Weißkopf Adler Over Oh Gott Oh mein Gott Warte Jetzt muss ich hier erstmal Alter Habt ihr gesehen wie ich dem Messer Ausweichen bin Ey Das ist einfach der Hammer Gerade Der Weißkopf Seeadler ist gelandet Over Ja wir sind drin Jetzt Ey wir haben ein Problem Scoop Man braucht einen Kurt Die Planschkonstante Oh geil Singen die jetzt Never Ending Story Komm schon Verstanden Weißkopf Seeadler Moment wir rufen Susi an Sie ist ein Genie Sie kennt die Antwort Sicher Never Ending Story Das war so cool Die Szene Ey Vor allem Wie Luke ist und Max Ich werde darüber lustig machen Auch Ey Oh nein Weg da So 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 Es ist so viel hier ich hätte vielleicht die eleven upgraden sollen hat jetzt kann am besten flächen schaden abdecken eine große große fläche von schaden hatte bevor ich weitermache euch kotze die max immer mal kurz an die so perfekt das kann ich weiter dass die mal dass die bahn bist du da so warst du überleid ich habe zu tun ich versuche die welt zu retten vor rüssel und monstern ich weiß das geht bescheuert aber es ist sehr wichtig kannst du kennst du die plank konstante weißt du auf welcher umlaufbahn die erde ist oh gott money und nein ich die omis oder ich bin sowas von ich bin im arsch ich bin sowas von dem arsch nicht die omis ich bin sowas ich bin tot nein die kugel brauche ich oh mein gott okay okay und das war aber auch für ewig verfolgen also los und entgekichte never ending story oh gott oh nee na das schaffe ich doch gar nicht ich habe nicht mehr so viel leben ich wusste heavy mein leben war noch voll oh gott oh mein gott mein leben war noch voll leute habt ihr das gesehen warum war ich tot jeder stirbt irgendwann du bist leider viel früher gestorben als du solltest wir auch going to die my little child friend it doesn't matter of how and when ja toll ich kann nicht zufällig irgendwo verdammt verdammt das ist echt nicht gut das ist nicht gut man oh gott ja geil ich bin schon tot wieder fast das ist die einzige persönliche flächenschaden abdecken kann ja jetzt werde ich mal ein bisschen konzentrieren hier ey modernen ein keine und die Ich habe schon die Hälfte von so ein Ding verloren, ey, das ist nicht gut. Ich habe schon die Hälfte von so ein Ding verloren. Alles klar. Oh mein heilige Maria, Mutter Gottes. Oh, halt mal diese Elektro-Fatzken, ey, ich kann mit denen nichts anfangen. Oh mein Heilige. Oh mein heilige Maria. Oh mein heilige Maria. Oh mein heilige Maria. Was ist das? Ja, schaff das wieder nicht. Nee. Verdammt. Alter, die hauen ja richtig rein mit den Gegnern jetzt. Oh mein Gott. Okay. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, du bist tot. Ja, ja. Ich sage, da mache ich hier kurz ein kleines Päuschen. Und das Problem werden wir im nächsten paar Träger. Vielleicht werde ich meinen Charakter ein bisschen umändern. Vielleicht werde ich noch ein paar Mädelikäte zogen. Auf jeden Fall vielleicht können wir Pause machen. Und wir sind uns im nächsten Video wieder. Euer Dagweeren. Tschöö. Tschööö. Untertitelung des ZDF, 2020